Wir haben hier jede Menge Highlights dabei, internationale Piloten, Kopfhörergruppen. Einige Highlights dieses Jahr zum Beispiel der amtivende Weltmeister-Militon-Kunstwurz, in der Schilder, in der Werkstatt von den Zeiten. Die riesengroße Hälfte im 35-Hilfein von ULMTC, auch die wird nachher in der Luft zu erleben sein und und und. Und jetzt kommen wir aber zuerst mal zum Walter, Chefbanker. Mit seinem Airwolf, bekannt aus dieser Fernsehserie der 80er, die originalen Weltmeister-Tour. Und dann modifiziert wurde vor diesem Film, wo eigentlich die Aufrolle hieß, wie diese Serie spielte. So, Music Up von Walter Schleppenker. So, Music Up Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020